Hellseherein, das muss nicht sein. Das sieht jetzt sogar auch der Jensi ein. Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Yoshis, zu einem weiteren Part. Pokémon SoulSilver Edition. Ja, im letzten Part haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben den guten alten Jens an die Wand geklatscht. Der arme Kerl. Tja, er dachte, er kann hell sehen. Und er hat das nicht kaum sehen, dass wir gewinnen. Dumm gelaufen für ihn, dumm gelaufen. Aber naja, dafür werden wir jetzt hier unseren Spaß haben. Nämlich mit kleinen Gekkolein. Nicht wahr? Huch, Gekko trägt etwas mit sich herum. Willst du es an dich nehmen? Nö, das kannst du behalten, Kleiner. Oh, wie er sich freut. Gekko hat etwas gefunden und sieht fröhlich aus. Ja, ihr Lieben, der gute Gekko hat mir auch schon geantwortet, welches Pokémon er gerne sein möchte. Und zwar hat er sich für Nachthara entschieden. Und das bedeutet, unser Gekko wird den Weg von Nachthara gehen. So, und dann würde ich sagen, das haben wir auch gleich mal dafür. Ich habe die ganze Welt bereist und deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. Na, hoffentlich kennst du auch meinen kleinen Gekko. So, Matrose Pierre möchte kämpfen und er kommt mit Felino. Auch ein sehr cooles Pokémon. Hätte ich auch sehr gerne trainiert. So, aber erst einmal. Gekko, zeig ihm doch mal deinen Spukball. Das ist nämlich eine schöne Attacke. Guck mal, die zieht so schön ab. Ja, so einfach geht es. Aber ich würde sagen, wir setzen noch eine Kopfnuss obendrauf. Und dann ist Felino weg vom Fenster. Tschüss. Schick mir eine Ansichtskarte. Deine Fähigkeiten sind weltklasse. Ja, ich weiß, ich bin halt klasse. Ich kann nichts dafür. So, okay. Erstmal muss ich mal bei Gekko nochmal an den Attacken was ändern. Nämlich die Reihenfolge. Spukball darf nämlich gerne mit nach oben kommen. So. Ich sehe nämlich gerade, es wird hier schon langsam dunkel. Das heißt, es könnte eventuell passieren, dass sich Gekko direkt zu Natara hier entwickelt. Was natürlich von Vorteil wäre. Was haben wir hier? Einen Top-Trunk. Ne, den muss ich nicht haben. Nehmen wir mal das Fahrrad. Ich will ja hier schließlich auch jeden Trainer mitnehmen. Ich sag den Trainer, nicht Pokémon. Ach, nö. Ne, 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 ne. Auf dich habe ich keine Lust. Und Gekko genauso wenig. Und da Gekko ein Angsthase ist, hauen wir einfach ab. Ja, das ist schon praktisch an Gekko. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Ich hatte nämlich ganz vergessen, dass es diese Fähigkeit hier auch noch gibt. Kuckuck. Wer bist du? Fliegt hoch hinaus, meine herrlichen Vogel-Pokémon. Oh Gott, nicht noch so ein Vogelspinner. Der ist bestimmt aus Feiks Klapsmühle entkommen. So, Timo, kommt mit Dodu. Ja, kannst du gerne machen. Gut, jetzt ist Spukball natürlich nicht machbar, aber dafür gibt es hier die Kopfnuss. Denn, falls ihr es noch nicht wusstet, Gekko ist nämlich hinterhältig. Ich habe mir nämlich mal seine Werte angeguckt und dabei gesehen, dass ich ein hinterhältiges kleines Gekko habe. Ja, klingt komisch. Klingt komisch, ist immer wirklich so. Ich zeig's euch. Ich zeig's euch. Aber erstmal machen wir diesen Kampf hier zu Ende. Ja, Gekko. Wir haben dich auf frischer Tat ertappt. Ich bin schon gespannt, wann sich unser kleiner Gekko entwickelt. Ich meine, in der Original-Edition hat man Evoli ja schon mit Level 20 bekommen oder so. Oder ich glaube 25. Da wir aber Evoli jetzt seit Level 5 selbst trainiert haben, könnte es sogar sein, dass es sich sogar früher entwickelt. Was ich hoffen will. Ich will nämlich wissen, dass es die Attacke Finte noch erlernt. Jetzt könnten wir eventuell später Probleme haben, weil Gekko sonst keine vernünftigen Unlichtattacken beherrscht. Und das geht ja gar nicht. Denn Gekko wird in Zukunft dann mein kleiner Geister und Psychokiller sein. Ja, Psychokiller. Das würde ihm, glaube ich, sogar gefallen. Und die Kopfnuss nochmal drauf. Weil's einfach so schön war. Und tschüss. Und bisher ist Gekko noch nicht einmal besiegt worden. Ich wünschte, ich könnte mich selbst in die Lüfte erheben. Ja, dann hau mal ab, du kleiner Luftikuss. Schick mal eine Ansichtskarte und sag mal, wie's ausgegangen ist. So, aber erstmal heilen wir unseren kleinen Gekko. Und verpassen ihm nochmal ein kleines KP+. Einfach, weil wir nett zu ihm sind. Ja, Gekko, ich bin nett zu dir. Kannst du mal sehen. Dum, 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 dum. So, einmal den Supertrank. Ich meine, kleine hartkämpfende Gekos müssen ja auch mal geheilt werden. So, und jetzt zeige ich euch das. Schauen wir uns nochmal alle nochmal an. Er hat ein sanftes Wesen, ist aber hinterhältig. Haha, Gekko. Soviel zum Thema, du bist total unschuldig, ne? Schon klar. Unser Markus hat ein hitziges Wesen und prügelt sich gerne. Das stimmt sogar, in Smash auf jeden Fall. Piqué ist zaghaft und ist fast wie ein Clown, stimmt auch. Irgendwie passt das total. Sunny ist eher ein stilles Wesen, aber ziemlich dickköpfig. Stimmt auch. Demon, ein wenig frech, stimmt auch und stolz auf seine Stärke. Darf er auch sein. Und Drago, forsch, hinterhältig, passt genauso. Wenn der einen überraschen will, da muss man echt aufpassen. Man weiß nämlich nie, was der jetzt nächstes für Flausen im Kopf hat. Ja, das ist unser Drago. Das ist unser Drago. So. Ein Aprikoko-Baum. Da fällt mir gerade ein, ich müsste eigentlich mal wieder nach Kurt. Aber ich habe jetzt keinen Bock nach Razzalia City zurückzulaufen. Dauert mir zu lange. Das machen wir später, wenn wir fliegen können. Dann kann man das immer noch. Dö, dö, so. Und bevor ich hier oben noch was vergesse. Ich glaube, hier oben war nämlich noch ein Trainer. Da. Bist du ein starker Trainer? Wenn du stark bist, bringst du mir dann ein paar Tricks bei? Was könnte ich hinkriegen? Oh, Moment, das ist ein... Oh. Ups. Das war eine Frau. Rosemarie. Ja, okay. Alles klar. Gekko, was hältst du von einem Spukball? So einen richtig schönen, spukigen, finsteren Ball. Eigentlich die Idee, oder? Oh. Nein, nicht mein kleines Gekko paralysieren. Das mag Gekko nicht. Sei doch nicht so gemein zu Gekko. Warum? Nee, 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 nee. Das geht nicht. Du kannst doch nicht einfach meinen kleinen Gekko hier paralysieren. Der weint sonst, der Kleine. So, Paralyse wurde aufgehoben. Und dafür kassiert der arme, kleine Gekko einen Dönerschock. Du gemeines Etwas. Ich wollte eigentlich mit Kopfnuss angreifen, aber ich hab mal wieder zu schnell gedrückt. Wie immer. Ich will nicht paralysiert werden. Das mag Gekko nicht. Wie oft noch? Gekko! Mein armes, kleines, paralysiertes Evolidu. Nee, 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 nee. So ja nun nicht. So haben wir ja nicht gewettet. Verpass ich meine Kopfnuss, Gekko. Anders kapiert das, glaube ich, nicht. So, weg mit dir. Geht doch. Warum nicht gleich so? Und Gekko erreicht Level 23. Sehr schön. So, Anton, Level 22, würde ich sagen, hauen wir unseren Margis noch da rein. Meine kleine Zuckerbübchen. Wobei mir jetzt gerade einfällt, dass das keine gute Idee war, weil das Vieh ist ja Wasser. Aber gut, zum Glück gibt's ja den Steinwurf. Und zum Glück hält der gute Markus auch noch gut was aus. Manchmal muss man auch einfach mal Risiken eingehen. Ey, das ist jetzt aber gemein mit dem Steinwurf. Buh! Gut. Konzentration auch noch, super. Ja, nee, ist klar, als ob Markus jetzt verwirrt ist. Wen willst du denn das erzählen? Markus, lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Ich glaub an dich. Okay, Markus ist einfach... Es ist so verwirrend für den armen Markus. So, Fußkick. Äh, was? Was? Als ob... Alter, so haben wir ja nun nicht gewettet hier. Steinwurf, bitte. Als ob die gerade Kugumilch eingesetzt hat. Seit wann setzen die NPCs, die normalen NPCs hier, bis auf die Top-Trainer-Items an? Habe ich irgendwas verpasst oder so? Habe ich ein Memo nicht gekriegt? Kann ja wohl nicht angehen hier. Ich verstehe, so kämpfst du also. Achso, ich war vorher männlich. Ja, okay. Dwayne, du kennst dich aber gut mit Pokémon aus. Nach den Kämpfen geben mir die Jungs immer Items. Manchmal weiß ich gar nicht, wohin damit. Wenn du möchtest, kann ich dir die geben. Also in dem Fall darfst du meine Nummer natürlich haben, aber nur dann. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ins Pokémon-Center zurück. Vorsichtshalber. Ich möchte nämlich nicht meine ganzen Items zerschwenden. Ich muss mir sowieso, glaube ich, noch einen Nachschub kaufen. Was ich ja eigentlich mal eben machen könnte, wenn ich schon hier bin. Wie viele Pokébälle haben wir noch? Wir haben noch elf Stück. Nee, die Superbälle hole ich mir später. Wir brauchen erstmal... Ich denke, mit 20 Stück sollte ich erstmal hinkommen. So, das reicht erstmal. Das sollte erstmal reichen. Na, hoch da. Einmal unser kleines Gaggo zurück in den Pokéball, damit es geheilt werden kann. Oh yeah. So, und weiter geht unsere Reise. Wobei... Kann ich eventuell an einen ganz bestimmten Ort schon gelangen? Oder muss ich da erst warten mit? Ich will mal was ausprobieren. Wir werden noch nicht direkt in die nächste Stadt reisen. Ich werde mal einen Umweg machen. Weil wenn der Umweg natürlich funktioniert, habe ich es nämlich auf ein ganz bestimmtes Pokémon abgesehen. Und da will ich gucken. Huch. Entschuldigung, da war ganz kurz meine Capture Card wohl mal eben weg. Oh, das tut mir jetzt wirklich leid. Jetzt habe ich doch glatt einen passierenden Trainer umgerempelt. Bist du auch nicht verletzt. Hier, nimm das als Wiedergutmachung. Und jetzt sei tapfer und weine nicht. Okay. Cool, wir kriegen eine VM. Sehr schön. Stärke. Ja, sehr nice. Ja, okay. Er hat mich zwar ungerempelt, aber ich verzeihe ihn. Nein, ich will keine Kopfluss einsetzen. Ich will... Dunkelklaue. Da liegt hier eiskalt Dunkelklaue rum. Ich glaube das ja wohl nicht. Boah, da muss ich doch gleich mal gucken. Dunkelklaue, Dunkelklaue, Dunkelklaue. Wen kann ich die beibringen? Boah, wisst ihr wie geil das wäre, wenn Gekko die... Ach, schade, Gekko kann sie nicht erlernen. Dann hebe ich mir die Attacke noch auf. Ich meine, ich sehe, Drago kann sie auch erlernen, aber das... Ich will sie eigentlich nicht gerne bei Drago einsetzen. Da würde ich sie lieber woanders reinschmeißen. Wir können jetzt ja surfen. Ich weiß, ich bin zu früh an diesem Ort, aber ich will hier einfach mal eben hin. Ich will hier nur aus einem ganz bestimmten Grund hin. Erstmal den Supertrank natürlich. Der ist aber nicht mein Problem. Ich will zum See des Zorn, ihr Lieben. Denn dort gibt es etwas, was ich haben will. Nämlich ein ganz bestimmtes Pokémon. Tom, du kannst nicht mal. Ich versuche auch möglichst an den Trainern vorbeizulaufen. An den Pokémon komme ich natürlich nicht so leicht vorbei. Mäh. Das ist schön für dich. Dich suche ich nicht. Und da es gerade hier auch so auf Richtung Ende des Parts geht. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Minütchen. Aber dann kann ich mir das Pokémon schon mal holen. Und es dann bis zum nächsten Part dann nochmal hoch trainiert haben. Wäre doch eigentlich die Idee. Dich will ich nicht. Geh weg. Ich habe schon eins. Mein Sunny ist hier cooler. Mit anderen Worten, nerv mich nicht. So. Mahagonia City. Eine Stadt, zu der wir erst ganz, ganz viel später kommen werden. Denn ich will nämlich nur auf eine ganz bestimmte Route rauf. Nämlich hier müsste das gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Hier gibt es nämlich ein ganz bestimmtes Pokémon zu fangen. Und dieses hätte ich ganz gerne. Und da ist es auch schon. Girafarik. Genau das Pokémon habe ich nämlich gesucht. Denn, ja, Traumato war nicht die beste Wahl. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich war sogar ein bisschen enttäuscht von Traumato. Ich meine, ich erinnere mich noch an Pokémon SoulSilver. Äh, Quatsch. Äh, an Pokémon Feuerrot. Und da war das noch sehr praktisch. Aber. Wir haben es alle bemerkt. PK erlernt einfach keine guten Attacken bisher. Und deswegen gucken wir mal, ob es mit Girafarik ein bisschen besser läuft. Nicht wundern, ich rufe gerade nebenbei, äh, Dingsen auf. Oh, Agilität bärscht das viel sogar. So. Ich gucke mir jetzt gerade mal kurz die Attacken nochmal an. Nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Ja, doch. Also, die Attacken sehen deutlich besser. Ja. Also, da brauche ich nicht drüber nachdenken. Girafarik, du wirst gefangen. Ab in den Superball mit dir. Wir tauschen PK einfach nur aus. Also, quasi. Er wird statt ein... Oh, Gott. Statt ein Traumato wird er jetzt zum Girafarik. Äh, warte mal. An der Angel. Und du warst, glaube ich... Ja, nimm wir dich mal. Ist doch vielleicht Verschwendung, aber ich kann mir ja jederzeit neue besorgen. Als ob du ausgebrochen bist. Als ob. Du blödes Mistvieh. Das gibt's doch jetzt wohl nicht. Das ist jetzt ja wohl nicht dein Ernst hier. Wenn ich sage, du gehst in den Pokéball, dann gehst du da auch rein. Hast du das verstanden? Oh, oh. Das war flecht. Puh. Glück gehabt. Das war jetzt Glück. Ich hatte schon befürchtet, dass es anders ausgehen wird. So. Hat sich die Mühe also doch gelohnt, hierher zu kommen. Vor allem ist Girafarik hat ein Zweittyp. Er ist nämlich schon Typ Psycho und Normal. Ja. Allein deswegen schon finde ich das Pokémon sogar viel cooler. Ich habe ganz vergessen, dass man ja schon direkt hierher kann. Hätte ich das gewusst, hätte ich Traumato damals gar nicht gefangen. So. Jetzt muss ich nur hoffen, dass das blöde Vieh auch in seinem blöden Pokéball bleibt. Was jetzt auch endlich geklappt hat. Geht doch. Girafarik wurde gefangen. Sehr schön. So. Girafarik. Langhals. Normal Psycho. Sein Schweif, der auch ein Gehirn hat, beißt manchmal von alleine zu, wenn er einen Duft wahrnimmt. So. Und wie gesagt. Da ja unser Piqué ja ursprünglich ins Team sollte, ist ja klar, dass der Name von Girafarik dementsprechend Piqué ist. Dü, 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 dü. So. Und es wurde auf PC 1 übertragen. Sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt versuchen, wieder nach Tech City zu kommen. Und das möglichst ohne Trainerkämpfe. Vorussetzung, ich kann mich nochmal an den vorbeischleichen. Dü, 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 dü. Achso, Moment. Moment, vorher nehmen wir den guten Piqué ein Item ab, was nicht ihm gehört. Zumindest diesen Piqué nicht. Item weg. So. Einmal Pokémon bewegen. Ich hätte gerne das kleine Girafarig. Und wir tauschen es gegen Traumato aus. Sehr schön. Schauen wir uns doch mal Piquets neues Wesen an. Seid doch bestimmt genauso neugierig wie ich. So, da ist er auch schon. So. Sieht doch nennen es Frühwecker. Schnelles Aufwachen klingt interessant. Äußerst ausdauernd, ja. Das passt auch zu Piqué. Das passt auch zu ihm. Dumm, 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 dumm. Ja, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle schon mal, ja, den Part zu Ende. Denn dann werde ich nämlich jetzt in aller Ruhe das neue Piqué nachtrainieren. Auf dem selben Niveau wie die anderen. Und dann geht es dann beim nächsten Part dann weiter Richtung Olivianer City. Also, aufs Däumchen gedrückt, Kommentar hinterlassen, Abonnieren nicht vergessen, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drake. Wazoo!